Wenn Sie hier in Deutschland in Niedersachsen leben und mehr Informationen über den Kauf von Cardioballons hier in Niedersachsen wissen, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Hallo, liebe Community von Erfahrungen kaufen Rad. Heute bringe ich euch eine inspirierende Überwindungsgeschichte von Lara, einer 55-jährigen Einwohnerin hier in der Deutschland. Lara hat täglich die Herausforderung des hohen Blutdrucks gemeistert und viele von euch können sich mit den Symptomen identifizieren. Ständiger Druck, unregelmäßiger Herzschlag, anhaltende Kopfschmerzen und kontinuierliche Müdigkeit. Lara hat verschiedene Ansätze ausprobiert und alle konventionellen Behandlungen getestet, bis ihr Leben unerträglich wurde. Der Wendepunkt kam, als sie online eine Lösung fand, die ihr Leben verändern würde, das Cardioballons Geberich, entwickelt von dem renommierten Unternehmen Geberich, das sich auf die Bewältigung kardiovaskulärer Herausforderungen spezialisiert hat. Dieses Produkt bietet eine einzigartige Mischung aus Extrakten von Weißdornblättern, Cranberries, schwarzer Johannisbeere, Olivenblättern, Kinzymkazet und Folsäure. Lara kaufte das Originalprodukt auf der offiziellen Website von Cardioballons, der Link ist sogar in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar verfügbar. Das Produkt wurde schnell an ihre Adresse in der Deutschland geliefert und seitdem hat sie ihre Reise zur vollen Gesundheit begonnen. Es ist wichtig zu betonen, dass der Kauf des Originalprodukts entscheidend ist, um Nachahmungen zu vermeiden. Lara ermutigt alle, die Felder korrekt auszufüllen, wenn sie ihre Bestellungen aufgeben, und auf den Anruf des Vertreters zu warten, um eine sichere und authentische Transaktion zu gewährleisten. Was die Nebenwirkungen betrifft, beruhigt Lara alle, das Cardioballons Geberich ist zu 100% natürlich und garantiert eine Erfahrung ohne unerwünschte Effekte. Tausende von Menschen, einschließlich Lara, haben es sicher verwendet. Ich lade euch, aus der Erfahrungen-Kaufen-Rad-Community, ein, eure Erfahrungen in den Kommentaren unten zu teilen. Bei Fragen stehe ich bereit, so schnell wie möglich zu antworten. Der Link zur offiziellen Website von Cardioballons befindet sich in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Verpasst nicht die Gelegenheit, euer Leben zu verändern. Wenn ihr eure Bestellungen in den nächsten Stunden abschließt, erhaltet ihr einen exklusiven Rabatt von 50%. Es gibt keine negativen Bewertungen, alle haben die Wirksamkeit des Produkts unterstützt. Die Bestellung wird in wenigen Tagen geliefert. Ich hoffe, dass euch diese Geschichte inspiriert. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Behandlung mit dem Cardioballons. Vergesst nicht, die Felder korrekt auszufüllen und auf den Anruf zu achten. Der Link ist in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Verpasst nicht die Gelegenheit, euer Leben zu verändern. Bleibt gesund. Und vergesst nicht, dem Kanal Erfahrungen-Kaufen-Rad zu folgen, um mehr Inhalte wie dieses zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017